die Leichen Fleischende Pflasterteile Fleichenlast umsingen k wohnen da stehen irgendwann welche auf ja wohl alle die Spiegel ist ja gar nichts mehr halt ja weil du wies nicht wer da steht ich brauch Obst Leute Ups 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 Alter Boah ich hätte das wohl egal Wo sind denn da die Mensch Mensch wird der Beid schön Bin ich war grad hier unten Irgendwann hab ich mir gesehen Oh schnell Oh Bin ich Ich seh nichts mehr Warte mal springen Ab da bin ich Ja Jetzt ist Ende Gelände Wo Wo bin ich Wo bin ich Ich seh dich nicht Alter Ich bin nur am wiederbeleben Ich suche mich grad nicht Wo bin ich So ich bin gleich tot Ich Ich kann dich nicht wiederbeleben Wo bin ich denn Ich glaub ich bin weg oder Kann das sein Ich lieg hier rum also Hier ihr könntest die ganze Zeit wiederzubeleben aber halt kann ich Boah Alter Ach Was ist das denn für ne Scheiße Crash Crash Das war ja jetzt übel ich hab nix mehr gesehen Alter Aber null Das müssen wir nochmal Aber erstmal Wir brauchen Pots Achso Das bringt nichts Wir brauchen unbedingt Pots Wo waren die billigeren Ähm Was jetzt Äh wir kommen jetzt gar nicht richtig mehr raus Echt Ne geht nicht hier Äh drücken wir auf Pause Vielleicht kann man dann zurück zur Karte Ja genau Guck mal zurück zur Karte Cool Aber du verlierst Jeden ungespeicherten Vorgang Das heißt wir müssen dann Normal komplett hier durch das ganze Level durch Wir gucken erstmal ganz kurz hier rein Wir müssen ja sowieso die ganzen Portale Die müssen die ganzen Portale nochmal machen glaube ich Ich glaub ja Deswegen würd ich ja mal gucken schnell Schnell Oh ja Schnell Ja Müssen die dann Lümmer machen Alter War Alter Hätte gesagt Einen Unterschied gemacht ob wir jetzt So rausgangen sind oder ne Jo Ist richtig Na gut dann gehst du zur Karte und check Warte 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 Ja der Vorgang ist fragst du einen falschen, frag nicht mich, ich weiß es nicht 11 waren die billigsten, ne hier war 18 nö, 12 20 hier ist teuer Arena und da würden wir dann hochkommen geh mal runter, geh mal hier drüben zu dem Farmladen Blue, du weißt doch immer alles wo die Preise billig sind ja alles klar du warst, ist doch so hier 11 so, nächstes fertig da kannst du denn die Bomben nehmen so jetzt bin ich aber schauen wegen Sandwich jetzt warte doch mal Blue ah ja ja so jetzt haben wir erstmal alle aufgehört das war nein ich wollte auch mal alter Blue, der ist schon Level 19 alter das ist hardcore so, dann war das nächste Mal dazu fällt mir nur ein Wort ein Boxwoman nö doch wo willst du denn hin wo du die billigen Pidde waren na da waren wir doch grade ich meinst du Sandwich Sandwiches Oben Lavaladen Lavaladen bekommst du den nur noch weiter hoch noch weiter hoch ne nicht nur da haben sie 20 gekostet ne du hier im vulkanladen bekommst du den ne vor dem schneeladen haben sie 20 gekostet ja? was sind sie hier? 15 15 naja siehste 98 aber diese Sandwiches brauchen wir nicht unbedingt ne das war schon groß wegen was denn den kriegen wir doch so kaputt ne ich mein den großen Gegnern der hätt uns jetzt weiter geholfen weinst du? ja ich denk schon ich versteh das das war halt jetzt grad so unübersicht hinter dem rohr hinter dem blasrohr immer noch nicht so richtig das f*** immer noch nicht so richtig das ist halt einfach nur blas mal ein ne das rohr abfluxen müssen wir jetzt mal hochfliegen ne jo weil das rohr benutzt du ja wirklich nur einmal wirst du? boah da müssen wir ja alles nochmal machen boah ja bis wir jetzt wieder hochkommen also müssen wir jetzt vorsichtig vorgehen und nicht so durchraschen das war keine Pots verbraucht das ding ist da wo die ganzen leichen da waren das war ja übelst ja du hast da nichts mehr sehen ne ne ja und jetzt kommen wir denn jetzt kommen wir da wieder hin bevor eben schon so wir können halt nochmal energie vornehmen ja aber ich kenne schon dass das irgendwie der Schluss ist ja nicht nach Ende mit dem Portal ja vor allem nicht zu viel Bosse ah wie doch ich klicke einfach mal in die Mitte durch ja mach das überhaupt nichts ja gut so jetzt hier ich klicke einfach hier an der Ecke das ist easy ich habe trotzdem voll Energie verloren aber die Hälfte alter ja guck mal dein Level ja an also oh langsam jetzt äh ja eben guck mal den Level an langsam langsam den Level anfangen ok ok 5 ein 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 und geht es hier eigentlich nicht hoch jetzt sind die Treffer auch geklackst Jakob ich fände es einen Ninja als zu ähm das ist ein Ninja als zu ne ne ich glaube nicht ja kann man hier drauf irgendwie ne das ist kein Obdich ne das sind nur Steine die unter den zu den anderen umherfliegen warum auch immer dieses wirklich doch nicht ab kommt man ab jetzt kommt das mit der der stein kommt jetzt mal vorne wo war denn das mit dem bei kohle geile 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 die sagen er wir sind jetzt voll ins falsche gegangen oder aber jetzt kommt die schwelle erst mal zentwisch auswählen aber nicht alle auf einmal ich glaube das ist dann auch unfraktisch bei den kleinen fischer kommen wenn alles händler schamper ließ ja trotzdem überblick woher so alter was denn bei mir hier gerade noch ich muss immer einfach hoch hüpfen um zu gucken wo bin ich denn überhaupt mach ich eigentlich so rum hier ups 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 auch hier woher hier dazu rum mit dem ich hau ich hau auf blu ein warum ich das gemacht habe ich Ich bin der Kopf. Nein. Oh, diese scheiß Siegeblätter, die hier an der Seite kommt. Alter. Schwille! Wo bin ich? Ah, hier. Du ist ja ständig Wessel mit ihm. Alter, der wirft mich hier nur hinterher. Die hat Zeit. Wesselmanair. Auf ihn! Gebrüllen! Haben wir's geschafft? Nö. Ja, noch nicht geschafft. Hör schon, wer braucht Blue Hunter, los. Geh, 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 geh. Klappt wieder irgendwo hin hier, wo ich gar nicht klappen soll. Dann sieht man auch super schlecht. Alter. Wenn hier noch ein Endgegner kommt... Alter, würde ich ja nicht machen. Das ist doch der Boss. Achso, na eben. Hat ja... Ja, guck mal unten, Energiebalken hat er doch. Also, das ist der Boss. Was ist denn hier hin? Ja, der ist weggerannt. Nö. Der ist ein Klein! Der wirft, Alter, wie geil! Ja, wir müssen ihn mal so abfechten. Rage-Mode! Hebt doch wieder mal ein bisschen was von End-Boss aus! Das ist doch der Boss! Nein, wir haben noch ein Portal! So, ja. Alter, wir sind nicht gut! Mä! Och, ich, ich hau wieder ins Leere! Ja, ich spiel da oben, ey! Ja, genau so geht's dir! Ich guck mal auf den falschen, auf den falschen Figuren und schlachtern ins Leere sogar! Du dürfst nicht auf den drauf springen, ne? Stell' ich gerade mal fest! Ja, dann... Du kannst, äh, ne Christus schaden! Schmeißen in den Müll! Schmeißen in den Müll! Auch ich! Alle schlagen ins Leere außer Blue! Ja, das ist gar gar zu geil aus! Alle hängen sie da in der Ecke! Das muss ich sagen, ist Blue's Vorteil! Der blickt hier voll durch! Ich überhaupt nicht! Ja, ja! Du musst groß sagen, der ist da voll dabei, ne? Der ist mal da, wo die Leute abgehängt! Ich hab' alle drei irgendwie war links in der Ecke und schlagen ins Leere und Blue dricht auf den einen! Das sah gar zu geil aus! Ich denk so, was machen wir hier überhaupt? Ja, ich beobachte den ja auch wohin los! Ne, ich hab' so'n Orientierungsproblem! Man sieht den nicht! Ich weiß zwar, dass ich grün bin, aber... Ich guck' immer, ich guck' immer, ob die voll sind! Ich guck' immer auf grün! Ja, ich guck' immer auf grün! Ja, ich guck' immer auf grün! 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 Das ist so ne scheiß ähnliche Farbe! Ja, ja! Absolut! Ja! Die Farbe sind aber da! Gelb stich draußen, Rot stich draußen! Grün und Blau halt nicht! Wie schwarz und grau! Verstehen wir hier einen Pfeilenbogen, Alter! Jawoll! Ah, krap' mal, Alter! Kriegt der auch schon mal Pfeilenbogen, ist gut! Ach, ey! Jetzt, jetzt hat Bloom eins leere! Gedingst! Oh, fuck! Gedingst! Ohohoho, ich idiot! Mach wieder eins leere! Alter! Störb endlich! Der sagt gleich much! Komm her! Komm her! Oh, Alter! Jetzt schieß der! Ah, ich hab' den letzten gegeben! Ich hab' einmal drauf gerotzt! Ich hab' drauf getreten! Ich hab' auch reingetut! Hihihi! Also, ich muss sagen, grad' Pfeilenbogen hat sie grad echt! Gell, so schwarz! Das merk' ich mir! 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 Das merk' ich! Das merk' ich! Das merk' ich mir! Ich hab' schon mal rausgelegt! So, ich hab' den Abschluss nochmal eingeblasen! Langsam! Warte mal kurz! Wollen wir mal kurz checken hier! Check, check, check! Ey! Ich hab' alle meine Bomben rausgeworfen wollen! Aus Versehen! Oh nein! Ne, ich hab' dafür noch Sandwiches! Ich hab' noch! Also, Pfeil und Bogen habe ich festgestellt! Ich hab' noch! Also Pfeil und Bogen habe ich festgestellt! das ist echt gut war vorhin recht viel Prozent absehbar zu tun wie viel du von den Zögern bestehend Nürnstel und die Füße vier Tränke zwei Sandwiches Joom Joomim Mann ich wollte auch Blasen das ist ein das Jahr mehr als Konzerteschen Akkuberg er hat der erster von der liga unter der kohle und auf wird möglich dann macht gut die 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 %, %, %, %, %... !!!! Wofür hab ich mein Schild? Wo bin ich? Wo bin ich? Hier! Ich bleib einfach im Ecken und ich hab mein Schild hier. Mal gucken wo die hinzeigen. Wo die Ecke hinzeigt. Guck mal, die Energie abgezogen. Ja, der ist kaputt. Beide sind schon kaputt. Guck mal, die Energie ist. Das ist schon bald runter, wenn ich denke. Ja, das Schild ist echt gut, ey. Ne, kannst du vergessen, Blue hat doch... Oh, guck mal hier. Alter, was macht der denn? Oh, 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 oh. Ich kann ihn nicht schlagen. Alter. Ja, der macht irgendwas. Magie-Arch. Feiernbogen. Das ist ein Magie-Arch. Feiernbogen. Oh. Alter, ich kann ja nichts machen. Alter, ich kann ja nichts machen. Ich kann ja auch nicht mal annähern zu dem drüber, zu dem hin. Alter, ey, ey, Alter. Ich krieg Schaden. Ja, das ist, weil der irgendwas Magie-mäßiges einsetzt. Magie-mäßiges? Ja. Au, 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 au. Ich hau wieder sonst wo hin. Och, ich... Ich komm nicht zu dem hin, ey. Das gibt's nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Das bin ich. Kann man mit diesen, äh, Modus hier was anrichten? Ja. Au, 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 au. Nee, ich stell doch auch auf die Fresse. Ich stell doch sowas auf die Fresse. Ich kann aber nicht mal schlagen. Ich komm ja nicht mal zu dem hin. Nee. Aber wenn der rot ist, glaub ich, kannst nicht schlagen. Ja! Wenn der rot ist. Wenn der blau ist, wieder nicht mehr. Das sind Elemente, Alter. Pass mal auf, ey. Äh, Elemente. Rot, blau, Eis, Feuer. Wieder im Arsch. Rot, blau, Eis, Feuer? Ja. Hä? Die einzelnen Elemente. Rot, blau, weiß, Feuer. Rot, blau, weiß, sind Elemente und Feuer. Rot ist, ist Feuer. Blau ist Wasser. Ja, eben. Ach so, also jetzt muss der Rote draufhauen. Mit Magie gleich. Jetzt muss der Rote draufhauen. Jetzt muss der Blaue draufhauen. Das war ja ein bisschen durcheinander. Würde ja allein nicht funktionieren. Ja, klar. Oh, helf mir mal hoch, bitte. Oh, schnell, hochhelfen. Wir sind alle im Arsch. Ja, weggewegt aber mal. Was machst du denn? Hallo? Ah, da. Ja, treu, 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 treu. Weiß auch nicht. Cool. Oh, da hat er auch nicht mehr viel an der Schlttung. Oh, nein! Oh, nein! Oh, loll! Mensch, Schütze! Versprich, er springt ihr denn hier mal hier? Ich glaub ich mit die Chieste ist wirklich hier dieser Schwungangriff, wenn du springst. und die Doppelkriegsdruck dort sind geschätzt ein bisschen mehr am anwalt sind wichtig den Titel wir haben es nicht geschafft aber was jetzt los der Welt ein Luftballon er hat sich aufgeblasen er hat noch mal die aber noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal mehr als Gummeltes und Jürgen um hochspringen und Prozent des Artikeln immer wieder damit ja so wie ich mir eben umgekehrt ja aber auch wohl die müssen wir kriegen das ist ja so immer hinterher springen das ist irgendwie komisch ne? ich liege ich liege ne du bist immer so dieses irgendwas nützt jetzt voll diese scheiß 2D-Effekt 3D-Effekt du wirst nicht auf welcher Ebene er ist jawoll das ist eben das blöd an durch Alter was war das denn? ey geil geschafft Kiste ja Bustekuchen oh wie der Sprungattacke würde ich sagen oder? ich glaub Dings bringt hier gar nix sandwich ne? ne weil wir was Alter was ist das hier? Star-Youtubers oder was? Alter so ungefähr treffen wir hier den Hubser mal? ja ja irgendeiner driften schon wahrscheinlich Blume wieder äh ich fliege das hier am Boden ach geil das zieht doch mal auf ja du weißt doch ein bisschen aus soll ich denn so? mir gehts auch nicht grad rosig oh scheiß ich liege im Dreck heheheh ich liege im Dreck er liege im Dreck er liege im Dreck keine Pötte mehr boah alter nix haben wir doch wir liege im Dreck ich fand es aber lustig wie du einfach da unten rum standest und dich bekriegen lässt heheheh ich bin gehüpft ich bin weggesprungen alter alter oh alter ich brauche es mal bumm alter der patienten scheiß angelegt ich kann zu kotzen äh wir haben ja keine Pötte war das ist doch kacke können wir jetzt wieder runter gehen aber ich fand es lustig Quech sagt heu ich liege am Boden und kein einziger sonst sagt was ah guck mal jetzt jetzt müssen wir aber nicht mehr äh diese Dings machen jetzt können wir nochmal zum Laden wir können dann gleich wo war's billig? ich hab's wieder vergessen boah wo war's denn billig? äh eisladen ne da war elf die Pötte war das echt hier billig? vulkan war's auch billig ja elf glaub ich hier? ne 18 hat's hier gekocht 18 ne oah was sind die Dinger hier? ne 20 ne 20 weg 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 vulkan ja vor allem schaut mal wieviel Gold wir überhaupt haben hab ich gar nicht hingeguckt das viel? wenig? hm ich würd nur sagen wenig gut hier war was billig glaub ich ja wenn wir jetzt nicht hier noch Kohle haben oder so hier 11 ja hier war 11 äh dann müssen wir halt nochmal irgendwo ein anderes Level schnell machen wo wir ein bisschen was farmen können ja ich brauch nur hier nur Pötte ja ich brauch nur Pötte ja ich brauch nur Pötte ja stimmt ja ich auf jeden Fall also ich brauch nur Pötte ja die Scheiß wie wenn ich? mir geht nicht oder Pötte ja ich bin voll Pötte ja ich bin voll Pötte voll Pötte aber guck mal jetzt sind wir jetzt sind wir jetzt sind wir ja gleich oben denk ich mal ne ja aber ich denk mal echt dass das der Endboss ist ne weil der hat drei Wellen alter steht doch dort erhielt der Vater steht doch der letzte Schlacht ah wir hätten nochmal zurück da hätt ich doch noch ein Messer gehabt ach man ach was willst du mit dem Messer also Brotspiel du kannst jetzt nochmal zurück ne geht's nicht mehr geht automatisch ach ne scheiße hier ist ja der Fahrer ich ziehe ein Brotspiel mit dem Messer also müssen wir jetzt nur dreimal äh wieder die Phasen machen mit dem da die äh hä der Unkel hat Start gedrückt zurück auf den Garten wo wolltest du hin zur Frau Schöne vielleicht ist die Waffe schneller Waffe stärker besser weil du schon das Level erreicht hast ne ich denk 17 ne mit 17 für 17 gibt's doch keine Waffe oder hm hm was denn hier achso ich will die Schwarz ja ich hab mir gerade was angemacht wo wolltest du nur gucken weil noch weiter musst du sagen musst du ansagen ja ja die schwarze brauch ich die schwarze ach das schwarze Schwert weil du gefunden hast wa das hier da das hast du gefunden man das hat aber Abwehr plus 7 Abwehr aber auch nicht aber ich aber komm mal das hat Schild Schild plus 7 nächstes ist das Schild ja ne das ist das war das was die von Nasser das ist aber Level 20 umgekann zu nehmen das stimmt da hab ich jetzt auch drauf geachtet da hab ich jetzt auch drauf geachtet da bin ich auch gerade mal ein Level aufgestiegen oder kann immer noch keine Waffen nehmen glaube ich keine anderen war nix wetter und ich nehme Schraubschüssel das ist so ein 15er oder so Schwert oder irgendwas das hat jetzt vergessen ne komm gucken kann ich irgendwas und da was 5 5 5 guck grad ob ich irgendwas ich glaub das stärkste hammer ist also ich hab eigentlich diese die das war Dings auch gerade nochmal das Blue Ohren nochmal das ist eigentlich recht gut ey weil das relativ schnell und hat auch mehr Angriff ja das ist Schlüpf eben und hat gut angriff und hier ist die Goldene Schlüssel vielleicht kommen wir da hinten rein kannst du den nehmen gleich ach du das ist doch du bist der Laufensitz warte mal komm wir probieren jetzt mal da hinten rein zu gehen ich glaub das funktioniert bestimmt eine Luthöhle ja da ist irgendwas drin aber ich weiß nicht mehr warte ist schon mehr zu lange her wo ich da drin war so jetzt aufpassen auf die Tiere pass auf das sei jetzt hier nicht aus Versehen genau an der Tiere nimmt so jetzt gehts jetzt mal wieder mit den und ich glaube dass kein Problem die